Hallo und herzlich Willkommen bei VirtusenMamon4GCreative Ich würde euch sagen, dass ihr wieder eingeschaltet habt am Heiligen Abend Also der ist heute, glaube ich, sollte passen 24. und wir wollen an diesem schönen Tage die würde ich euch ja natürlich nicht vorenthalten hier direkt mal die Tür mal ansetzen weil diese Ebene haben wir jetzt auch durch das hier wächst sich hoffentlich zu sobald ich die Pupen abgerissen habe ich bin einfach mal ein guter Dinge und ja, also bleibt mal dran So, womit starten wir denn am besten? hier mit, also den brauchen wir definitiv den brauchen wir und wir brauchen diesen so ich glaube das sollte für den Start ausreichen um die Tür mal anzusetzen Mal gucken, jetzt geht es garantiert nicht mehr so zügig vorwärts wie mit den ersten Ebenen hier oh, Treppen brauchen wir wieder manchmal macht man manchmal auch das nicht verstehe einer wieso ich mach das hier auch erstmal schnell das sind ja erstmal nur zwei Beine das sind ja erstmal nur zwei Beine die wir hier sitzen Steht Fertig reicht für heute nein Spaß ey, jo Treppen viel haben wir nicht mehr sollte man vielleicht ein bisschen mit auskommen ja so halbwegs ne war ein Versuch wert müssen wir auch nochmal probieren nein ah komm schon jawoll da haben wir ja Gott sei Dank auch ich hier muss jetzt hier erstmal uns nach oben ackern komm runter komm runter dann mal weg damit will es mir die nicht geben so halt so weit komme ich mit denen auch nicht da ist er so so wir müssen ja hier auch irgendwie ein Bild nach oben finden deswegen machen wir mal das auf diese Weise das funktioniert und das funktioniert davon haben wir kurzzeitig auch noch einiges da ist Treppen Treppen Slip 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 die sind soweit alle drin wie es aussieht ok hier unten können wir jetzt auch so erstmal nichts mehr angehen ich hoffe das funktioniert gleich dass wir hier wieder rauskommen das sieht nämlich nicht da aus ok okidoki jetzt wollen wir dem hier mal an sieht doch alles ganz gut aus wir hier die Spitze mal zuerst setzen die ganzen Slips rum die ganzen Slips rum weil die vergisst man gerne mal das sieht vernünftig aus alles ok ok haben wir auch hier die Slips fertig ok sind dran hier haben wir sie auch schon fast alle oh ich friere schon klingt ja früh an ok dann auch bin ich guter Dinge dass ich hier rauskomme von unten haben wir erstmal wie es aussieht auch nichts vergessen so müssen wir mal kurz abwarten hier abwarten und einen Tee trinken ich würde mal gucken ob ich noch Glas da habe doch ein bisschen Holz machen wir mal mit was haben wir hier Zäune haben wir da auf jeden Fall Treppen brauchen wir nicht hier waren glaube ich war hier Glas hier war Glas ich das gar nicht will da brauchen wir die gar nicht hier können wir die auch hier lassen so guck mal geht doch recht zügig hier schon mal auch mit der Treppe hoch gehen hier schon mal auch mit der Treppe hoch gehen hier schon mal auch mit der Treppe hoch gehen so ok hier noch eine Treppe ran der weiße der weiße der weiße hier siehts auch gut aus hier siehts auch gut aus ja passt 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 nicht mehr produzieren als nötig kostet alles Geld und wir wissen nicht wo die Reise hinführt und was wir wo benötigen noch äh Treppen na scheint alles dran zu sein wo es hingehört so da habe ich noch ein paar Leuchtmittel gesetzt gehabt ok damit haben wir hier auch schon mal das Licht dran ok jetzt bin ich schon hier unten das gute ist ich habe jetzt echt schon wieder die Möglichkeit entsprechend die Dings zu setzen um uns abzukühlen finde ich sehr nice Einzige wo hier die Slaps rankommen muss man natürlich aussetzen das muss ja hier vorne finish dass wir auch nichts vergessen da kommen noch mal Treppen 2 den Rest sind wir glaube ich von oben ok noch mal Lampen und der Jute Zaun jetzt wird es auch nur einmal dann ist er durch und der Fußboden so ich bin schwer beeindruckt steht ja schon fast alles ich meine nur das ist willst du noch mehr haben von der Geschwindigkeit her Treppe 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 die Dinger die Slaps hier noch ja wenn wir das so in dem Tempo durchziehen ganz ehrlich dann können wir nächste Folge schon die nächste Footprintfass starten ja natürlich mega gut ich hätte nicht gedacht dass wir so gut mit dem Material auskommen ok da hapert es wieder ja für hier heute reicht das auf jeden Fall noch so damit ist hier das auf jeden Fall schon mal ruhig da fehlt noch irgendwas da fehlt noch irgendwas dann gucken wir mal da fehlt auch noch einer da fehlt noch irgendwas vergessen da 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 Hat er ihn reingesetzt? Ah, das wird jetzt nicht hüftige Sache. Fast, Gegenseite gucken, hier können wir uns ja wenigstens hier so hinstellen, ein paar Treppen. Die gucken wir gleich mal an, wir fangen jetzt hier unten an, den Turm hoch, erstmal hochzuziehen, hier noch zu stehen, so. Passt doch. Da ist Gold wert, dass man sich hier so hin hocken kann. So, jetzt machen wir hier die so einzeln. Geht doch langsam die Sonne runter, das bedeutet für uns schon wieder Feierabend. So, die Ecken hier. Jetzt stehen sie auch schon wieder alle, wenn wir jetzt noch irgendwas erledigen. Nö, ne. So, das ist hier eigentlich ganz gut so, das letzte Mal gehandhabt. Und das jetzt kann ich auch hier hinstellen. kann man hier die halbe Ecke ja schon auch wieder durch. Da läuft richtig bei mir. Alter. Und gleich kommt hier gefriert tot. So, nochmal hoch. Gucken wir mal slaptechnisch auf der Ebene. Hier sieht gut aus. So, damit war's das, würde ich mal sagen, für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Weihnachten. Kommt ja ein bisschen später. Folge ist ja früher raus. Ich mach das hier fertig und dann können wir nächste Folge mit der Blueprint starten. Mit der nächsten. Ich freue mich. Danke fürs Zusehen. Bis dann und Tschüss. Das war's für Ja. You Vielen Dank.